Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge, zu einem neuen Video hier auf der NF-Marsch MSP im LS19. Ich habe Offscreen schon mal ein Stückchen weiter gemacht. Das heißt, ein Stückchen recht viel. Kann man benennen, muss man nicht benennen. So, ähm, ich habe schon eine Ladung Stroh. So, ein Moment. Ich fahre jetzt kurz mit dem Ladewagen auf die Seite. Kann ich kurz abladen mit dem JCP neu aufladen und gleich die nächste Fugel vorbeibringen. Ach, das ist so. Ja, Moin. Das ist eine coole Kameraansicht. Wollen wir schon drauf. Kann ich hier nur... Oblade Linsky. Vielleicht schon mal den Kurs nehmen. Ruf Produktionen. Und hier mal gleich eine Fuhre Strouh wieder mitnehmen. Sind hier über 100.000 drin. Also das aber macht der ziemlich gut. Ich habe mir so überlegt... Ach, ja, hier weiter machen. Ähm, ja, ich habe nichts verkauft. Nein, sonst denkt ihr vielleicht Cheaterei und so. Deshalb habe ich mal nichts verkauft. Hafenhof. Ist... Hier wollte ich mal einen Abfahrkurs machen. Ach, guck. Machen wir gleich. Bringt alles nicht. Probieren wir es mal. Machen wir mal kurz einen Abfahrkurs. Es ist ja alles am Laufen. Außer der... Äh... Außer der Stroh. Aber wenn ich hier einen Abfahrkurs mache für den... Hier... Sollte doch eigentlich der Abfahrkurs auch sein... Für den nächsten... Okay, probieren wir es. Kostet ja nichts. Okay, hier hat er ein Stückchen stehen lassen. Okay, nochmal... Kurz beginnen. Machen wir so eine kleine Schleife. Wie würde ich berücksichtigen? Hier drüber. Steier lässt sich wirklich sehr, sehr gut fahren. Kippen wir hier ab. Dann können wir gleich weiterfahren. Ich hätte ja gesagt, er kann... Äh... Er kann anziehen gehen. Unseren... Oh. Unser... Äh... Klaas... Aktion... Aber... Möchte ich auch nicht. Oh... Ich werde es immer mal sofort abfahren... ...dass er schon mal die Strecke kennt. ...dass er schon wieder fest... Ah, Mio Ja... Du kannst das... Super Es ist ein Träscher Kompost hat es genug denke ich jetzt mal wie schon gesagt habe ich wieder zwei fuhren hingebracht Hofhafen Der Steuer fährt los Sieht gar nicht so schlecht aus Wenn der Kurs passt dann können wir ihn speichern Ja 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 du machst das du machst das Vollstes vertrauen in dir gut Kurs können wir speichern Abfahrt Ne ne Moment Moment F Zwei Strich Passt Haben wir gespeichert Haben wir gespeichert Es sollte hier drin sein Opferkurs Was macht er Was macht er Hier Ich glaube zuerst der Abfahrkurs und dann der Trashkurs Die Avion geben Mal gucken Mal gucken Das ist gut die ist im Dauerbetrieb kann man schon sagen aber wir haben wichtigen kurs gemacht diese folge noch 10 und ab ich finde den it runner schon besser doch er macht das abladen das beste preis ist heute warte schön das hat ein bisschen gelegt f2 nee f2 abfahrer nachher der rei und nachher sollte es passen wir geben mir jetzt mal die chance ja um ja na ja Könnte eigentlich passen. Mal gucken, bitte lass es laufen, so, also auf dem Feld fängt er an. Können wir das benennen, Strohkos, der ist am Fahren, Perfektor, du machst dich vom Oka, wie viel hat denn die Mission schon eigentlich? Mission hat schon ziemlich, ein Momentchen, ja, so viele Fahrzeuge hatten wir glaub ich doch je im Einsatz, aber ist eigentlich gut, ist ja nicht verkehrt. Deaktivieren. Ich glaube, mit CP braucht man keine Fruchtumfahrung, kann mich natürlich enttäuschen. Äh, die zwei kommen gleich im gleichen Moment, den brauchen wir zuerst. Sonst hattest du wenig Kompost, Leute. Nimm nochmal die Schippe, äh, mit. Hier eine, äh, Rufproduktion. Warum macht er nicht? Warum macht er es nicht? Warum macht er es nicht? Weiß man nicht. Wir brauchen vielleicht hier, brauchen wir den Strom. Äh, wir gehen gleich mal alle Fahrzeuge durch, weil irgendwas passt da nicht. Bevor wir wieder in den Mercedes steigen. Oh, komm. Der ist klar, der steckt wieder. Ich weiß nicht, je nachdem wie fährt er ran, steckt er gleich ganz fest. aber das ist halt mir entschuldet habe ich den kurs nicht sauber eingefahren wir geben ihm mal die chance abladen zu gehen das buch nicht so wie ich will das punkt habe ich da noch etwas falsch drin nicht oder ja nicht ich habe auf das zeiteisen geschaut ich glaube wir sind aber am ende reingekommen irgendwie die kurse wollen nicht aber ja das werden wir noch mal testen und sehen und machen wie man zu billig sollte es eigentlich hier selbst jawohl also der steuer bin ich zufrieden kann man ihr seht ist es schon wieder so viel los hier würde ich würde sagen einfach wenn es hat das legt nicht vergessen aber da lassen und unbedingt zumindest mal vorbeischauen und ja bis zum nächsten tschüss und ciao